Jetzt muss man sich einmal vorstellen, wir lassen da eine Tanne durch, da fangen wir nicht einmal nach, weil wir sind nicht bereit dafür zu bezahlen. Keiner macht sich Gedanken, was will ich eigentlich mit meinem Einkauf bewirken. Und ich glaube aber ganz fest daran, dass wir alle sagen, das verändern können. Ich gebe euch heute mit dem Vortrag, was zurückt, nämlich die Freiheit. Was macht Landschaft leben? Landschaft leben ist österreichischen Lebensmitteln auf der Spur, wir zeigen dem Konsumenten transparent und ohne selber zu werten, wie Lebensmittel in Österreich tatsächlich produziert werden. Was heißt transparent? Ja, wir zeigen alles her. Das heißt, bei uns sieht man, wie eine Karotte angebaut wird, wie sie gezüchtet wird, dass er laut, das ganze Gemüse, man sieht, wie ein Schwein, ein Ferkel auf die Welt kommt, aber auch wie es kastriert wird und letztendlich wie auch die Sau, das Schwein geschlachtet wird. Das ist bei einem großen Schlachthof, wo von mir aus 300 Schweine in der Stunde sterben, bis hin zu einem Direktvermarkter, der vielleicht ein Schwein pro Woche schlachtet. Das heißt, wir zeigen wirklich alles her. Wir lassen da nichts aus. Das heißt, das ist ein ganzer neuer Zugang, den hat es in Österreich so noch nie gegeben. Und was heißt selber, dass wir nicht werten, das bedeutet ganz einfach, wir sagen selber nicht, es ist jetzt besser die biologische Landwirtschaft oder konventionell oder der kleine Bauer ist ja viel besser als wie der große, sondern wir zeigen einfach die Realität her, wie es sich in Österreich tatsächlich darstellt. Und jeder Konsument kann sich dann auf unserer Webseite nochmal Videos anschauen, kann sozusagen anschauen, die Bilder dazu, kann sich das durchlesen, kann sich dann selber eine neue Meinung bilden, wie er ihm das vielleicht taugt oder wer das vielleicht gern hätte. Und wir gehen auch weiter, nicht nur zu den Bauern, sondern auch zu den Verarbeitungsbetrieben, Mulchereien, Schlachthöfe, Gemüseverarbeitungsbetriebe, Müllen, also alles, was man sich so vorstellen kann, was wir halt so täglich zu uns nehmen an Lebensmitteln, da gehen wir wirklich zurück bis in die Urproduktion, in die Verarbeitung und schauen uns an, wie arbeiten die alle. Wir gehen auch zum Lebensmittelhandel, das heißt, wir sind wirklich vor Ort bei den Kaufleuten, bei den Händlern, schauen uns an, wie preisen die unsere Produkte aus von der Landwirtschaft, wie kommunizieren sie mit dem Konsumenten, Thema Aktionen etc. Also wir schauen da sehr, sehr genau hin. Und ganz neu seit circa einem Jahr beschäftigen wir uns auch ganz intensiv mit dem Außerhausverzehr, das heißt Gastronomie, Tourismus, Hotel oder Hotellerie. Das heißt, wir schauen auch dorthin, was essen wir jeden Tag außer Haus. Und das ist eigentlich unglaublich, rund vier Millionen Österreicher essen von Montag bis Freitag, zu Mittag nicht daheim. Die meisten essen eben unterwegs, auswärts in einem Gasthaus oder bei Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen wie Spitäler, Bundesheer, Kindergarten, alles was es so gibt. Das heißt, das ist eine unglaubliche Menge. Und die vier Millionen Österreicher, die brauchen richtig viel Lebensmittel. Ungefähr eine Tanne Lebensmittel lässt man im Laufe eines Jahres durch seinen Körper durch. Das heißt, das müsst ihr euch einmal so vorstellen, das geht da um eine, die eine Tanne, ein bisschen was. Ja, bei einem mehr oder weniger bleibt halt da hängen und der Rest verlässt uns hoffentlich wieder. Und da ist alles, was man halt so im Laufe eines Jahres aufnimmt. Und wenn man sich dann so vorstellt, dass man oft glaubt, das hat eh keine Auswirkung, was es ist, das spielt ja keine Rolle, wie das produziert worden ist, wie vielleicht das Tier gelebt hat, wie unsere Pflanzen produziert werden. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn wir das dann einmal so hochrechnen, jetzt sind wir 30 Jahre alt, dann sind wir irgendwann 50 Jahre alt, dann sind wir irgendwann 70 Jahre alt, dann sind das irgendwann schon 60, 70 Tannen, was es ist, durch einen keinen Körper da durchgelassen habt. Und das ist schon eine enorme Menge. Und das macht was, was ich denke. Das heißt, das geht nicht spurlos vorüber. Und dann machst du dir über sowas nicht so viele Gedanken, aber wenn du nachher nochmal, ja sage ich so 50, 60 wirst, dann wird es schon spannend. Und wenn dann vielleicht einmal Diabetes angeklopft etc. All diese, sage ich mal, da neuen Krankheiten, die was zum Großteil auf die Ernährung zurückzuführen sind, wird es schon spannend. Und das hat alles insgesamt einen Zusammenhang. Und jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum machen wir das alles, warum gehen wir zu den Bauern, warum sind wir bei den Molkereien, bei den Schlachthöfen, warum tun wir das alles. Das Ganze dient dazu, um euch eine neue bewusste Kaufentscheidung zu ermöglichen. Das heißt, das Ganze, was wir da dann bei Landschaft leben, hat nur einen einzigen Sinn, dass wir all zusammen bewusster werden. Und ich traue mich jetzt einmal zu behaupten, nein, die meisten von uns, oder fast die Hälfte geht nicht bewusst einkaufen. Nämlich 48 Prozent, und da kommt es einmal so eine Sturche zu ihm bei Enke die Reihen, das heißt, das ist fast jeder zweite von Enke, kauft von Montag bis Samstag ausnahmslos Aktionsware bzw. das Billigste. Das heißt, da geht es um gar nichts, da geht es nicht um das, wo kommt der Bauer her, wie hat das Viecher gelebt oder ist da Glyphosat eingesetzt werden beim Pflanzenschutz, beim Salat oder egal wo, sondern geht es nur um eine Tatsache, dass es um das Billigste geht. Und das ist dann so arg, und da darf ich ihn keine Produktgruppen nennen, da ist das ganz schlimm, nämlich das Bier. Also jeder, der was gern Bier trinkt und einmal eine Bierkiste kauft, die was nicht in Aktion ist, dann gehört, da seid ihr schon richtig gut. Jetzt sage ich einmal, wir brauchen uns nicht um die Brauereien ganz große Sorgen machen. Also die überleben wahrscheinlich noch die nächsten Wochen, um das geht es mir nicht. Aber es geht um die Tatsache, dass es wirklich nur noch um das geht, dass ihr eine Bierkiste dann kauft, wenn sie halt aktioniert ist. Und das ist dann ganz schlimm, wir haben voriges Jahr beobachtet, im Internet, auf Facebook zum Beispiel, da hat es diverse Händler gegeben, die haben halt Sonderaktionen angeboten, zum Beispiel ein Stiegelbier extrem günstig, also nochmal unter einem normalen Aktionspreis. Und dann sind zum Beispiel junge Oberösterreicher, haben sich in Facebook zusammengeräht, haben sich Autogruppen quasi getroffen und sind nach Tirol-Bierkisten gekauft. Weniger, paar Prozent, da reden wir von 6 Prozent, was das dann noch billiger war. Und das hat uns schon fasziniert, wie beeinflussbar, dass wir eigentlich über den Preis sind und wo dann rationeller das gar nicht mehr zusammenpasst, weil wahrscheinlich der Diesel trotzdem einiges teurer war, aber Hauptsache man hat wieder irgendwo das ein bisschen billiger ergattert. Das heißt, zum Thema Bewusstsein, ja, ich bin da der Meinung, dass wir nicht unbedingt ganz bewusst die ganzen Dinge machen und da sozusagen uns dementsprechend verhalten. Das heißt, es ist wirklich so, dass wir so, wie soll ich sagen, so einen engen Geist schon haben, dass wir nur noch fokussiert sind auf den Preis, aber uns aber überhaupt keine Gedanken mehr machen, wo ist das produziert worden, wie kommt das her, wie lange ist das gereift, etc. Und in den vielen, vielen Gesprächen ist mir dann wirklich aufgefallen, unglaublich, wie weit sich die Menschen von der Landwirtschaft, von einer bäuerlichen Produktion entfernt haben. Und wenn das so weitergeht, hat die bäuerliche Landwirtschaft keine Zukunft. Einfach aus dem Grund, weil die Landwirtschaft auch am freien Markt angekommen ist. Ein irländischer Milchbauer, der hat 365 Tage Weidehaltung, der braucht nicht einmal einen Stolper an für seine Kühe, der hat den Vorteil, dass er nicht heim muss, der muss nicht mahnen. Das heißt, die Kühe gehen raus, sie graßen und liefern Milch. Das ist 365 Tage lang. Noch dazu hat die irländische Regierung einen Beschluss gefasst, dass um das in fünf Jahren mehr Milch produzieren wollen, wie was ganz Österreich produziert. Das heißt, das machen die relativ schnell wett, was wir da in Österreich produzieren. Neuseeland produziert, also wir haben ganz viele Länder, die was voll drin sind in der Produktion, aber haben einiges billiger produzieren können, wie wir. Und die machen die Preise, weil die für die Masse produzieren. Und dann habe ich das einmal so verstanden, habe ich gesagt, ja, okay, freier Markt, verstehe ich. Wie werden die Preise gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, aber Qualitätsführerschaft, die haben wir auch wohl in Österreich. Und dann haben wir alle, egal bei welchem Händler, dass ich so gesessen bin, haben sie gesagt, ja, wie kommen Sie drauf, Herr Reuer. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin so als 16-Jähriger, bin ich da so bei der ersten Bauernveranstaltung gewesen. Und dort ist immer der Landwirtschaftsminister gestanden und der hat uns immer gesagt, es österreichischen Bauern, ihr produziert die hochwertigsten und besten Lebensmittel auf der Welt. Und dann haben wir die Herren alle gesagt, naja, aber Herr Reuer, das sagt ja jeder Minister seinen Bauern. Das heißt, wir reden zwar wieder davon, ja, wir sind so super, aber wenn man dann einmal auf Italien reinschaut, was die auf frische Küche Wert legen, was da Essen für Bedeutung hat, ja, dass sie die auf der Nacht jeden Tag drei Stunden Zeit nehmen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen, das gibt es ja bei uns fast gar nicht mehr. Dass man die Kultur einfach auch dafür hat und entwickelt. Und das hat mich dann schon sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe gesagt, ja, und was ist dann das Resümee, wenn wir das so leben, wie wir es jetzt leben, hat die bäuerliche Landwirtschaft keine Chance. Und das auch deswegen, weil wir alle zusammen einen Wertewandel erfahren haben. Und dieser Wertewandel heißt, Geiz ist geil. Und das ist so im Jahr 2000 passiert, da hat man gesehen, der Konsum schwächelt, der Konkurrenzdruck unter den Händlern ist auch immer stärker geworden. Und dann ist man einfach auf die Idee gekommen und hat so quasi dem Konsumenten vermittelt, also uns, du pass auf, wenn du einkaufen gehst, dann hat das eigentlich eh keinen Wert. Dann gibst du nur ganz wenig Geld aus, weil es kostet ja quasi nichts. Und dadurch haben wir mehr und mehr einkaufen angefangen. Und es ist halt wirklich so, dass die Wertigkeit von Lebensmitteln, auch über den Preis, immer weiter nach unten geht. Beim Handy sind wir bereit, plötzlich über 1000 Euro zu zahlen. Da spielt es nicht die große Rolle. Und ich habe einen Neffen, der ist Automechaniker, leitet eine Werkstatt. Und bei dem ist es ganz spannend, weil er sagt, wir füllen generell in die Autos, in das Motoröl, nie das passende Öl ein, weil jeder Kunde immer sagt, nein, nehmen wir es nicht das Bessere. Das ist ja nichts, das hat beim Motor. Da müssen wir schon schauen, nehmen wir es nicht das Bessere. Da spielt es auch null Rolle, was das alles kostet. Aber bei unserem Körper, was wir jeden Tag in uns rein tun, wo ich sage, das muss man sich einmal vorstellen, wir lassen da eine Tanne durch. Da fragen wir nicht einmal nach, wo kommt es her, was darf das für einen Wert haben. Und da reden wir von Wertigkeit. Beim Motoröl, da ist es wichtig, bei den Schuhen, bei den Hosen, das darf alles einen Wert haben. Aber diese Geiz-is-geil-Mentalität, die hat uns gerade beim Thema Lebensmittel, die hat uns da zerstört. Und wie ich sage, wir wissen heute von den Händlern, die zahlen, wenn wir einkaufen gehen, dann nur deswegen, weil was in Aktion ist. Aber am Ende des Tages, ja, zerstört uns das. Und das möchte ich Ihnen ein schönes Beispiel bringen, das, was das meines Erachtens sehr schön verbildlicht, nämlich zum Thema Butter. Wir sind ja quasi dann relativ gestartet, da komme ich aber später noch dazu mit Landschaft leben. Und wie ich so angefangen habe, mit den Recherchenarbeiten und den ersten Vorträgen, das war im Jahr 2015, und da war ich im Müllviertel oben. Und ja, da hat mich schon eine Konsumentin dann gekannt und die ruft mich dann an und sagt, du Hannes, das kannst du dir gar nicht vorstellen, bei uns gibt es nächste Woche eine Aktion, das macht es sprachlos. Dann sage ich, ja, was ist das? Dann sagt sie, ja, eine Butteraktion, und zwar heißt die folgendermaßen, zwei Händler machen die, wenn du sechs Kilo Butter kaufst, kriegst du drei Kilo Butter gratis dazu geschenkt. Und das habe sogar ich spannend gefunden, weil wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich in Butter recherchiert und weiß von irgendwer, wie viel das man so im Jahr verbraucht pro Kopf, wie viel Butter, wie viel Kilo. Was das wäre? Baut sich das wäre zum Sagen? Also, ich sage euch gleich eins, wenn ihr es wieder einmal hört, der Butter kostet mehr, gell, es ist völlig wurscht, was der Butter kostet, der wird den Knie umbringen, gell, der Butter ist es nie gewesen, also der macht den Knie dermer, da ist eher das eine Bier gefährlicher, gell. Also der Butter wird es niemals sein, nein, wir brauchen fünf Kilo Butter pro Jahr pro Kopf, also einmal so, dass ihr einen Richtschnur habt. Jetzt sechs Kilo plus drei dazu sind neue Kilo, also das ist schon ganz gut und dann habe ich da schon als erstes Kamerateam gehabt und habe gesagt, du, das schauen wir uns an, wir rufen bei den Händlern um eine Drehgenehmigung, dass da ja nichts halt Interview hat, dass wir das machen dürfen auf die Parkplätze, dass das alles sauber und legal ist. Und ja, passt, die Händler angerufen, überhaupt kein Problem, natürlich dürfen wir viel mehr kommen, die haben sich auch gefreut, dass das jetzt so groß in die Auslage kommt, die haben das voll positiv gesehen. Und ja, wir sind da raufgefahren und ich habe zu meinen Leuten gesagt, du, wir fahren aber schön früher weg, dass wir schon am Viertel über sieben oben sind im Mühlviertel, dass wir uns da auch ein bisschen positionieren können und vor allem die Erfahrung haben wir auch noch nicht gehabt und ja, ist auch was Neues für uns. Ja, dann sind wir halt da raufgefahren und wir kommen hier im Viertel über sieben, die Parkplätze bummvoll. Und dann habe ich mir gedacht, bist du der Partei Mühlviertel, die sind richtige Frühaufsteher, die sind schon vorher angestanden und dann habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich das total nicht mitgebracht, gibt es ein neues iPhone. Da stehen sie sich alle da an und ja, jetzt habe ich mal zugegangen mit der Kamera, einmal gefragt, und, darf man da filmen? Ja, ja, was tut ihr das halt? Ich sage, gibt es ein neues Handy oder was? Nein, sagen Sie das nicht Butter kaufen? Das ist ja Wahnsinn! Ich bekomme drei Kilo Butter geschenkt, gratis! Das ist ja unglaublich! Die haben voll das Training fast in die Augen gehabt, gell? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt stellen wir uns da her, wir haben uns dann positioniert und um halb acht ist die erste Tür im Aufgang, und alle rein, sehr viel ohne Wagerl. Und dann haben wir gedacht, ja, das wird spannend. Und dann sind so die Ersten rausgekommen gleich einmal und auch sehr viele Damen, muss ich da fairerweise sagen, zarte Händchen, gell? Also da waren noch Neukiller schon, das hast du ja gesagt, die traut jetzt, gell? Und die sind halt so raus, voller Freiheit, Blockfläte, dick, dick! Und da sind die Ersten mit 18 Kilo gekommen, gell? Auch Händchen, nicht alle, aber doch mit Wagerl. Aber ich meine, ja, 18 Kilo bist du gehídوت, gell? Weil das, da gibt es richtig aus. Und ja, da sind sie halt so zugekommen, sich eben im Kofferraum in Butter eingelaufen, wir mit der Kamera, ja, dürfen ein paar Fragen stellen? Ja sicher, ich sage, ich meine, Sie haben jetzt da quasi flipen bei der Aktion, taugt Ihnen das? Ja, voll! Weil so günstig kriegen wir dem Butter nicht mehr, das ist ja sensationell, also voll gut! Und dann hab ich gesagt, ja, ich sage, jetzt muss ich einmal eine blöde Frau gestellt und sage, ich bin ein Bauer aus Ramos Schlappning, also aus den Berg, sage ich, bei uns ist das Leben ein bisschen karger, wir haben nur so zwei, drei Kinder, habt ihr es da oben als Großfamilien, zwölf Kinder und so, weil warum tut man sich so viel Butter heim? Dann haben sie mich so angeschaut, nein, Single. Und über 50% der Befragten waren Single, gell, ich muss das gleich auflösen, weil das hat mich schon sehr viel gefragt, wie viel das dann wirklich waren, über 50%. Also Single, dann habe ich gesagt, ja, sage ich, da finde ich das aber spannend mit neuen Kieler, sage ich, weil, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber man braucht ungefähr pro Kopf pro Jahr fünf Kieler. Ach so, ja, aber das ist ja dann viel wenig, ja, da haben sie halt so hin und her gesagt, ja, kann man so sagen und so sagen, sage ich, je nachdem halt, wie man es sieht. Ja, philosophierst halt ein bisschen mit den Leuten, gell, und dann habe ich gesagt, ja, was tun Sie jetzt mit dem Butter, wenn Sie heimkommen? Und das war dann spannend und zu dem Nichtwissen des Konsumenten, da habe ich meine, ja, Überzeugung ein bisschen korrigiert. Nämlich, das hat jeder Befragte und Befragte gewusst, dass man den Butter einfriessen kann. Also das war voll da, Sie haben gewusst, Sie haben gesagt, nein, den kann man bedenkenlos ins Gefrierfüllschrack oder in den Schrank oder in die Truhe gehen, da passiert nichts, der halt das aus. Ja, ich habe gesagt, das stimmt, das haben wir auch hier jetzt nachgeprüft, das ist tatsächlich so, also der Butter, den kann man eingefrieren. Ja, da waren Sie dann noch voller Freude und Stolz. Ich habe gesagt, ob ich ein kleines Experiment machen darf, sage ich, mit er hat gesagt, ja, ja, ich habe gesagt, stellen wir uns einmal bitte, ich so vor, sage ich, Sie fahren jetzt da voller Freude heim, die Neikiller Butter im Kofferraum, eine ins Haus, eine Tiefkühltruhe auf, legt man den Butter schön selberlich rein, weil er hat ja einen Wert. Sage ich, und dann tut man ja wieder einmal was rein in die Truhen und wieder einmal was raus, weil wir ja da interagieren und sage ich, dann stellen wir uns das einmal so vor, jetzt liegt er so drei und nach ein paar Monaten, dann baust du ja quasi wirklich eine Beziehung auf, gell, du kennst die miteinander anschauen, gell, so schaust du irgendwann rein und sagst, ah, du auch noch da, ja, du auch noch, ich bin da, ja, und, und, das haben sie dann recht witzig gefunden, gell, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt stellen wir uns das so vor, nach einem Jahr, da bist du schon richtig gut, freund, da kennst du dich, und, ja, dann nach eineinhalb Jahren, und dann haben sie einmal so Rechner angefangen, vor allem die Singles, gell, und einen Single haben wir gehabt, der hat echt 18 Kilo gekauft, gell, und der hat dann wirklich, der ist ernst geworden, gell, aber ernst ist, bei eineinhalb Jahren ist jeder ernst geworden, bis dahin war es witzig, und plötzlich waren sie ernst, und dann haben sie so nachüberlegt, und dann haben sie gesagt, naja, eineinhalb Jahre liegt der halt schon da, puh. Ja, ich habe ein Wissen, was, das, das, nein, nach einerinhalb Jahren, das gefällt mir eigentlich nicht mehr ganz, weil das ist wirklich lang, aber wenn da wirklich, ja, da wird noch sehr viel da sein, haben sie dann gesagt, äh, Wissen Sie, was, aber das ist kein Problem, wir schmeißen den weg, er hat eh nichts gekostet. So, und hier sehen wir eigentlich einen Punkt meines Vortrages, um was das mir geht, mir geht es genau um diese Botschaft, was das mit uns macht, was dieses, Geiz ist geil, diese Aktionen, dieses noch billiger, und Preiseinstieg, noch billiger und billiger, was das mit uns da oben macht, das ist nämlich ganz was Schlimmes, wir kriegen nämlich was gar nicht mit, dass mit uns ein Wertewandel passiert, den was wir nicht einmal checken, ja, den kriegen wir nicht einmal mit, das heißt, wir werden programmiert, ohne dass wir das checken, und das heißt folgendermaßen, in der Sekunde ist nicht nur der Butter nichts wert gewesen, das war ja noch das Geringste, ja, dann ist halt der Butter weggeschmissen, die Wurst, egal was das dann ja immer ist, das war ja noch egal, aber wenn wir das fertig denken, in der Sekunde hat auch die Arbeit der Milcherei, da haben, weiß nicht, wie viele hundert Hände zubegriffen, keinen Wert nehmen wir, warum soll sich da irgendwer in einer Milcherei irgendwas anziehen, und das noch viel Schlimmere ist, dass die ganze Arbeit der Bauern, dass das keinen Wert hat, alle die, was da um halb fünf, fünf Meter früh aufstehen, Kühe machen, im Sommer heilen, sie lernen, die Viecher versorgen, sie Gedanken machen über Tierwohl, all die Dinge, was wir heute in der Werbung hören, lassen unsere Kühe frei und weiß ich nicht, was alles, ja, da machen sich auch viele Menschen ganz viele Gedanken, das hat aber in der Sekunde keinen Wert nehmen, und am Ende des Tages sehen Sie mir, was darüber entscheiden, ob das so funktionieren sollte oder anders, weil warum ist das so? Mit jedem Einkauf, mit jedem Einkauf, wenn wir ins Regal greifen, steuern wir die Produktion, wir steuern alles, wir Konsumenten sind unendlich mächtig, wenn da ein Regal ist, ein Butterregal, bleiben wir beim Butter und ich greife ein und entscheide mich für irische Butter, für ein Keri Gold, da ist die ganze österreichische und ich greife zu Keri Gold, dann geht in der Sekunde der Produktionsauftrag nach Irland und geht der ganze Bereich, das ganze Thema Wertschöpfung geht alles nach Irland, da hat kein einziger österreichischer Bauer irgendetwas davon und wer ist dann der Auslöser? Nicht irgendwo der Händler und nicht irgendein böser Konzern? Wir. Es zwingt uns ja keiner dazu, dass wir da hingreifen und das ist bei jedem Produkt, egal was ihr es kauft, beim Fleisch, egal wo, es geht immer nur um diese Kaufentscheidung. Wenn wir jetzt beim Biller anrufen und sagen, du lieber Biller, wie viel Biomilch hast du heute in der Rollbesürze nur verkauft? Dann sagen wir das denen nicht so Daumen mal bei, ja klar, wissen wir nicht genau, sondern die wissen das ganz genau. Ja, und wenn wir was nicht mehr kaufen, dann ist das nach zwei, drei Tagen weg, ganz einfach. Da gibt es nichts, irgendwas weiter, was will der Händler? Der will uns nicht erziehen, der will uns nicht verbessern, der will am Ende des Tages nur eines, nämlich verkaufen. Der will am Ende des Tages Umsatz machen. Du siehst, für das ist er Händler geworden. Ja, er hätte auch Lehrer werden können. Nein, er hat gesagt, die wäre Händler. Und die Aufgabe eines Händlers ist einfach nur zu verkaufen. Und wir sind die, die was einkaufen. Und der Händler wird das ins Regal tun, was wir kaufen. Ganz einfach ist das. Aber wenn jemand hingreift, warum soll der es dann hinlegen? Ist eigentlich logisch. Und das ist genau das Gleiche mit den Aktionen. Wir können jetzt natürlich schimpfen, wie furchtbar sind die Händler? Und warum tun sie das und zerstören die ganze bäuerliche Landwirtschaft? Am Ende des Tages sehen sie wir selber. Und wenn ich dann bei den Bauern bin, und ich bin natürlich auch sehr viel bei den Bauern, und dann sitzt du irgendwo, kriegst du einen Kaffee, und nachher gibt es ein Essbudget Milch oder Klebermilch, das Billigste von Billigsten, dann sage ich, wieso kaufst du sowas? Sagt er, ich kriege auch nichts für die Milch, zahle ich auch nichts dafür. Ja, wie sollte das funktionieren? Da ist null Wertschätzung da für das eigene. Ja, das würde ich auch nicht zu einem Tischler gehen und sagen, du, ich brauche deine neue Kuchel, jetzt bin ich bei ihm daheim, dann sage ich, was hast du für eine Kuchel? Ja, von Ikea. Ja, das ist so, das funktioniert nicht. Das heißt, man muss das immer selber vorleben. Egal. Und auch wenn wir einkaufen gehen, jeder muss sich immer überlegen, was will ich eigentlich mit meinem Einkauf bewirken? Und das hat halt lang funktioniert, dass ich sage, ja, ich bin da der dumme Konsument und ich brauche auf nichts Rücksicht nehmen, ich brauche auch keine Verantwortung für irgendwas übernehmen, ich kaufe einfach das Billigste und somit bin ich quasi der Gescheiteste. Aber das ist vorbei, wir sind in einem freien Markt und ich sage auch bei der freien Markt, ich bin nicht gegen den, der ist voll super, der hat uns auch wirklich viel Wohlstand gebraucht. Aber für den freien Markt brauchen wir vollkommen eins und zwar da oben und da hat er ein Herz einem bewussten Konsumenten. Weil wir halt so eine Verantwortung haben für unser gesamtes Zusammenleben, ob es eine Landwirtschaft gibt, ja, oder wie es uns geht, was wir für eine Lebensmittel am Tisch kriegen. Der freien Markt beschert uns alles, dieser ganze Online-Bereich, ja, Amazon und Co. Das geht viel schneller, als wir mit unserem Denken mitkommen. Wenn ich da nicht bewusst bin und alles vielleicht nur noch auf Alibaba und Amazon bestelle, dann ratiere ich die Händler alles aus. Das geht ganz schnell und dann habe ich keine Wertschöpfung mehr bei Insta in der Region. Und das hängt alles zusammen, nur ist uns das bis heute nicht bewusst gewesen. Und ich mache da keinen Vorwurf, ja, ich habe das selber in meiner eigenen Familie gesagt, da war es nur wichtig, dass die Schnitzel groß sind, dass es billig ist und das war die Hauptsache. Das hat auch lange funktioniert. Wir sind vom Krieg her auch so erzogen worden, ja, Hauptsache viel und billig. Aber die Zeit hat sich völlig geändert. Heute ist alles da und ich kann Ihnen sagen, wir haben Lebensmittel in Hülle und Fülle. Und wenn einer glaubt, wir haben zu wenig, dem muss ich sagen, das stimmt nicht. Die Landwirtschaft auf der Welt produziert aktuell für 12 Milliarden Menschen Kalorien, ja, wir können 12 Milliarden Menschen versorgen, ja. Es ist nur das Problem, dass wir jeden Tag weltweit ein Drittel wegschmeißen. Das, was ich gerade beim Butter verzweigt habe, das passiert weltweit jeden Tag. Ein Drittel schmeißen wir jeden Tag weg. Und da drehen wir uns auf, weil irgendwo in Afrika unten Leute verhungern. Ja, das ist nicht, weil die Landwirtschaft zu wenig produziert. Das ist nur ein Verteilungsthema, ja. Und natürlich, der Kapitalismus steckt dahinter, weil man sagt, ja, Wertschöpfung etc. Aber Essen wäre für alle genug da. Und da haben wir, und das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da haben wir in Österreich null Bedeutung in der Lebensmittelproduktion. Ihr seht das, wir tun nachher noch einmal die Homepage auf, wir recherchieren das sehr genau bei jedem Lebensmittel. Wir schauen ganz genau hin, wo wird wie produziert, wo kommen die Mengen her. Wenn wir dann einmal schauen, weltweit, da sind wir irgendwo 0,99991%. Ob es Österreich gibt oder nicht, hat da null Bedeutung. Es gibt deswegen nur österreichische Landwirtschaft, weil es Gott sei Dank noch Konsumenten gibt, die das heute kaufen. Und das sind es. Aber wenn das irgendwann nicht mehr passiert, wenn wir uns dann nur noch verführen lassen vom Preiseinstieg und dann billiger und billiger und irgendwann sagen, ist ja völlig wurscht, wo es herkommt, ja, dann gibt es keine österreichische Landwirtschaft nicht mehr. Und das muss ich da heute leider auch sagen, wenn es nur um einen billigsten Preis geht, ist es vorbei. Dann gibt es diese bäuerliche Landwirtschaft nicht mehr. Und jetzt wird es sagen, naja, ist okay, weil ich bin ja kein Bauernretter und ich kann Ihnen sagen, ich bin kein Bauerninteressensvertreter, bin ich auch nicht. Am Ende des Tages ist es auch wurscht, es braucht es mich nicht retten, es braucht es auch keinen anderen Bauern retten. Aber es geht um ganz was anderes, es geht um mich selber. Weil eines muss ich Ihnen schon sagen, nur ich selber habe es auf euer Leben in Österreich einen Einfluss. Ihr habt keinen Einfluss auf einen ungarischen Bauern, wie der seine Hähne züchten und halten sollte. Ihr habt keine Mitsprache recht bei einem polnischen Äpfelbauern, wie der seine Äpfel produziert oder seine Buten hält. Nicht einmal in Deutschland können Sie mitreden. Und wie ich das Beispiel von Irland erzählt habe, das erzähle ich auch gerne bei Milchbauern, die sagen dann das dürfen wir gar nicht zulassen, dass die auf einmal die Produktion erhöhen. Dann sage ich, was tun wir jetzt? Schicken wir das Bundesheer nach Irland oder was? Wie stellen wir uns das jetzt vor? Das geht halt einfach nicht. Das sind auch freie Menschen und die sagen, wir wollen Milch produzieren. Und in Brasilien sagen sie, wir sollten Rindfleisch und Schweinefleisch produzieren. Aber die Frage haben wir dort auf die Produktionsweise keinen. Den haben wir immer nur in Österreich und das hat eine enorme Auswirkung auf das, wie in keine Tiere, die was ihr dann einmal esst, wie Salat, Karotten, etc., wie das produziert wird. Und ganz schön sichtbar wird das, wo es anonym ist. Ja, im Gasthaus, wenn sie essen geht es. Und da möchte ich einmal ein Beispiel bringen, was vielleicht da in jedem ein bisschen berührt, dass ihr seht, das ist für einen Konsumenten so wichtig. Da seid ihr keine Bauernretter. Das braucht keine Bauernretten, und das will keiner. Ich will auch nicht antreten, sondern es geht um das eigene, um einen eigenen Körper, um das eigene Bewusstsein. Jetzt haben wir uns bei uns bei Landschaft leben die Butte ganz genau angeschaut. Was heißt das bei uns? Das heißt, wir gehen da in jedes Detail rein und das erste war einmal, was wir so gehört haben, so große Meinung, naja, Butten ist nicht ganz unproblematisch, der ganze Antibiotika-Einsatz, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und, und, und. Und da haben halt recherchieren angefangen, mit den ganzen Verbänden gesprochen, zu den Bauern hingefahren, und dann sehen wir gleich einmal eines draufgekommen, dass die österreichischen Buttenbauern eigentlich wirklich sehr sauber arbeiten. Wir haben innerhalb der EU und weltweit das strengste Tierschutzgesetz bei der Butte, das heißt, ja, da wird wirklich geschaut, dass es den Tieren gut geht, und das ist ein Beispiel, es dürfen in Österreich nicht mehr als 40 Kilo pro Quadratmeter gehalten werden. Was heißt das hier zu eng? Das müsst ihr euch vorstellen, so eine schlachtreife Butte hat irgendwo zwischen 18 und 21 Kilo, je nachdem, ob sie männlich oder weiblich ist. Das heißt, die darf ungefähr zwei groß erwachsene Tiere auf einem Quadratmeter halten im Stall. Und in so einem durchschnittlichen in Österreich werden so drin sein 10.000, 12.000 bis zu 20.000 Butten. Das heißt, das ist noch relativ überschaubar. Und wenn man so durch so einen Stall durchgeht, das müsst ihr euch das so vorstellen, man hat da so eine große Halle, die Viecher leben da drin, wenn du in Österreich durchgehst, da kannst du noch im Erwachsenenalter bei den 40 Kilo pro Quadratmeter, da kannst du noch richtig durchgehen. Das heißt, die Tiere können auch Sozialkontakte pflegen, weil es werden sich auch nicht alle mengen, kannst du einmal die Position wechseln und sagst mit dir rede ich nicht mehr. Also das heißt, das ist den Buttenvögeln in Österreich möglich. Wir waren dann in Polen, wir waren dann auch in Ungarn, da schaut das ganz anders aus, da sind das nämlich nicht 40 Kilo auf den Quadratmeter, sondern 70 bis 80. Und das schaut, dass ein Bulle kriegt dafür dann so aus, da gehst du nicht mehr durch. Das geht einfach nicht mehr, weil die stehen an Butte an Butte. Da ist mit Umfallen, das ist dann nicht mehr so witzig. Es wird nur in Österreich so geregelt, hat aber jetzt zur Folge, dass in Österreich natürlich der Bauer auf dem gleichen Quadratmeter nur die Hälfte produziert wie seine Freundin in Deutschland, in Polen und in Ungarn. Wenn wir jetzt wieder beim Rechner sind, hat der Bauer in Österreich genau die Hälfte vermehrtrag, als wie der polnische, als wie der ungarische und kann daher nie so billig sein, wie der deutsche oder alle anderen. Das heißt, die sind einfach fast um die Hälfte billiger. So einfach war die Rechnung. Und das hat dazu geführt, dass Buttenfleisch in Österreich extrem teuer geworden ist. Ich sage einmal, da kostet jetzt das Kilo Buttenfleisch so armer Qualität 10,99 pro Kilo, 11,99. Und dann hast du plötzlich die deutsche Ware da um 7,99, um 8,99. Ja, ist dann schon mal relativ klar, wo der meiste von uns hingreift. Wir haben jetzt sogar israelische Butte in Österreich gefunden um 3,99. Ja, sensationell. Ich weiß gar nicht, wie die das da unten machen. Die tun es mir, glaube ich, übereinander auch noch her. Keine Ahnung. Und das einmal zum Thema Tierschutz. Da haben wir in Österreich die höchsten Standards. Dann haben wir gesagt, ja, aber wie ist das eigentlich mit dem ganzen Thema Antibiotika, Arzneimittel-Einsatz. Das ist ja immer so, man hat immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Eigentlich schmeckt einem das Fleisch und ja. Und da muss ich irgendwas dazu sagen. Die Buttenhaltung und das ist bei den Geflügelzüchtern heißt, das ist die Königsdisziplin. Das heißt, ein Hähn ist relativ leicht zum Großkriegen gegenüber einer Butte. Und ich kann das nur selber bestätigen. Ich bin selber oder daheim am Hof sind wir seit 1989 bio. Also wir legen auch sehr viel Wert, genauso wie jeder konventionell auf die Produktionsweise. Aber wir haben jetzt selber für uns für den Eigengebrauch vier Buttenherden am Hof. Und haben halt geschaut, dass es denen gut geht. Und ich kann nur sagen, leider hat keiner die ersten Wochen überlebt. War wirklich so, wir haben einen Haushund oder einen Hofhund oder einen Hofhund nein, nein, nicht was ist, Mord. Nein. Nein, nein. Der hat sich gefressen. Nein, der hat bellt. Und der ist vorbeigelaufen, hat bellt. Die erste Butten ist umgefallen und war tot. Dann bei der ersten, also zweite und dritte, da sind meine Kinder mit dem Radl vorbeigefahren. Das haben sie auch nicht ausgehört. Und die vierte ist dann wahrscheinlich aus Trauer auch verschieden. Das heißt, keine dieser vier hat die erste Woche überlebt. Und da habe ich das erste Mal auch gesagt, da kannst du dich noch so bemühen, das sind extrem heikle Viecher. Also da musst du dich richtig, richtig zusammenreißen. Und was heißt das jetzt für so einen Buttenbauern? Der hat jetzt so einen Riesenstall und da müsst ihr euch vorstellen, bevor da die Küken kommen, die sind so einen Tag alt, so groß, ist der Stall einmal sauber gewaschen, so fast in Trinkwasserqualität, desinfiziert, eingestrahlt und dann kommen die da rein. Und das sind dann von mir aus 10.000, 15.000 und die laufen da immer dumm und fressen, genauso wie mir und scheiden auch wieder aus und da gehen sie halt nicht auf die Toilette, sondern machen halt das, wo sie stehen. Und dadurch wächst der Mist. Das wird ein bisschen höher und da leben wir es dann ca. 19 bis 20 Wochen, 21 Wochen, dann werden sie geschlachtet. Und dann wird der Stall raus gemisst, da fährt der Traktor rein, man hält den Mist raus, dann wird er wieder gewaschen und wieder desinfiziert. Dann haben wir gesagt, aber wo kommt denn dein Mythos her, dass das Buttenfleisch so verseucht ist mit Antibiotika? Dann haben sie uns Folgendes erzählt und dann haben wir die Möglichkeit gekriegt, das ein bisschen zu erfahren und zu hinterfragen und sind dann ein bisschen tiefer rein und sind draufgekommen, dass durch die Preisentwicklung, ja durch das, dass plötzlich so viel Tierwohl da ist in Österreich, sind die Viecher teurer geworden, das Fleisch teurer geworden und die Österreicher haben immer mehr zum Deutschen, zum Polnischen, zum Ungarischen gegriffen. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Buttenbauern aufgehört haben und da sehen wir draufgekommen, dass die Hauptbutte aus Polen und Brasilien kommt. Das heißt, ihr werdet ziemlich sicher schon ganz viel brasilianische Butte in den Kölnleim gegessen haben. So, und dann haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns das einmal in Brasilien an und ein Mitarbeiter von mir hat gesagt, ich fliege da sowieso privat zum Sommerurlaub um mich, ich schaue mir das da drüben ein bisschen an, wir schauen, dass wir da Kontakte knüpfen, dass wir uns die Produktionsweise anschauen und dann habe ich gesagt, ja, das werden wir gerne unterstützen, schau dir das an, film das, mach gute Fotos und schau dir das einmal an. Und dann habe ich ihnen erzählt, warum wir so wenig Antibiotika-Einsatz haben, das ist deswegen, weil die Bauern so sauber, so hygienisch arbeiten. Ja, und das hat einen Einfluss auf uns, das ist einfach so. In Brasilien ist es nur so, dass das ganz anders da läuft, nämlich, da werden die Pipperler so einen Tag halt reinkommen, dann wachsen die 21 Wochen, dann kommen sie wie bei uns raus. Nur gibt es dann keinen, der was ausmisst. Da kommt die nächste Herde wieder auf den alten Mist drauf. Und das passiert sechs bis sieben Mal. Sechs bis sieben Mal, da ist der Mist dann schon so, da bewegt sich alles, was irgendwie kreucht und flucht und weiß ich nicht was, jeder Wurm, was sich irgendwie bewegen kann, das geht alles in sich selber über. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, ich habe euch das am eigenen Beispiel erklärt, wie empfindlich diese kleinen Vogel sind. Und damit dass die dieses Bakterien, den Bakterienwahnsinn einen Tag überleben, kriegen die vom ersten Tag weg Antibiotika. Und Arzneimittel, alles was Gott verboten hat. Und drüben wird ja Antibiotika auch als Wachstumsförderer eingesetzt. So, jetzt können Sie natürlich sagen, ja ist ja wurscht, das ist ja eh Brasilien. Ja ist ja tausende Kilometer weg, die sollten da drüben da haben, wie es ja viel kommt. Ja, aber jetzt schließt sich der Kreis, es ist es. Das ist dann das billige Buttenfleisch, was wir dann ja irgendwo in einem Gasthaus, in einem Hotel, Fünf-Stern-Hotel genauso aufs Teller kriegen, weil kein Mensch nachfragt, wo es herkommt. Weil es auch keinen interessiert. Und dann ist es und das hat mich zu dieser Aussage verleitet, weil ich jetzt eigentlich ein einziges Beispiel erzähle. Das könnt ihr auf unser Homebett schauen. Wir haben 15 Lebensmittel in dieser Tiefe recherchiert. Und es ist eigentlich überall gleich. Es ist überall gleich dramatisch. Jetzt könnt ihr eigentlich beim Rindfleisch das Gleiche erzählen. Thema Almmilch. Habt ihr ein gutes Gefühl dazu, oder? Almmilch? Ja? Ja schon. Wir machen eine Bewerbung mit den Almen und wir sind super, die Almen in Österreich sind. Ein Prozent der Milch wird auf österreichischen Almen produziert. Ein Prozent. Und wie schaut unsere Werbung aus? Und was glauben wir wir Konsumenten? Ja, die Almen. Nein. Und so viel Milch von der Almen. Ein Prozent. Nein, nein, 90 Prozent. Die ist jetzt nicht schlechter, aber sie wird im Teil produziert. Nur es geht mir nur um die Bilder. Und jetzt komme ich zum argentinischen Rindfleisch. Da machen sie die Hoteliers argentinische Rindfleischwochen und dann gehen wir dann alle hin, weil es ja so super ist. Weil da wird uns nämlich folgendes vermittelt. Argentinien Riesengroß, Grünland an Ende und da gingen dann die Herden tausende Kilometer. Ziehen sie über die Weiden dahin, grün, saftig. Und kurz bevor der natürliche Tod eintrinkt, tut man es noch mal ganz kurz schlachten. Leider ist das alles Marketing. Die haben die gleichen Marketingmanager wie wir mit der Almenmilch, wo jeder glaubt, war Österreich Almenmilch. Ein Prozent. Und drüben ist genau nicht anders. Ein Prozent geht da dahin. Der Rest, der lebt in sogenannten Feedslots. Das sind riesige Mastanstalten, die kriegen nicht einen Schippe oder Grünland, sondern reinen Mais. Die kriegen Antibiotika als Wachstumsförderer, werden an Ort und Stelle dann geschlachtet und man zwei Drittel billiger kann, sagen wir, bei uns. Und dann freuen uns wir, wenn irgendein wird argentinische Rindfleischwochen macht. Da müssen wir natürlich hin. Ich sage Ihnen, kannst du, dass man jeder steirische Allmachs, aber tausendmal lieber, bevor das so was ist. Aber wir glauben, nein, wie super. Das ist alles Marketing. Und das meine ich mit einem bewussten Konsumenten. Man muss die Dinge durchschauen anfangen. Ihr dürft nicht einfach nur alles glauben, was einen irgendwer da verzahlt. Da nehme ich noch ein Beispiel her, weil es gerade so schön passt. Chia sammeln. Habt ihr sicher auch schon mal gegessen. Ein Brot oben, oder? Ist ja besonders gesund. Chia sammeln. Ich hoffe, jetzt den Teus schickt ihn alle ganz. Aber ich muss es einfach sagen, Chia sammeln, ein Superfood, wie die Goji-Beere. Goji-Beere ist nichts anderes als bei uns. Die Johannis-Beere, also das alles wächst auch bei uns. Chia sammeln war auch sensationell. Das wächst in Südamerika überall. Es trüben Vogelfutter. Und da ist man auf die Idee gekommen, weil es überall wächst, was kann man mit dem Zeug. Das kommt man ja nach Europa für und da gibt es reiche Leute, die Kunden das vielleicht brauchen für eine Fägel. Und dann haben sie das in Big Bags abgefüllt, umgeliefert nach Rotterdam und dann wollte man das in Europa als Vogelfutter verkaufen. Und das ist wirklich vitaminreich, von Natur aus. Da gibt es eh nichts zu sagen. Völlig okay. Und das hat man dann umgeliefert und dann hat das nicht funktioniert. Es hat einfach kein Mensch in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich Vogelfutter damit. Also hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann ist ein Einziger auf die Idee gekommen und hat gesagt, weißt du was, wir tun das ganz anders. Wir machen Marketing. Wir haben uns einmal angeschaut, die Zutatenliste, die ist super, super Inhaltsstoffreich. Wir füllen das in ganz kleine Backerlern, verkaufen so teuer, nämlich ein Superfood. Und das hat plötzlich funktioniert. Und kein einziger Bäcker in Österreich hat noch ein Brot verkaufen können, wenn er nicht Chiasammeln umgehabt hat. Ja, egal was, Chiasammeln an Ende. Ja, ist voll super, dass wir Vogelfutter essen. Ist ja kein Problem. Aber dass man dann so viel Geld ausgeben dafür, ja. Weil wir es nicht wissen. Ja, und jetzt wissen, wir als Landschaft leben, ein paar Kleinigkeiten, ja. Ein paar. Ich traue mir nicht einmal behaupten, dass wir schon die große Masse wissen. Wir wissen ein paar kleine Details. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da denke ich mal, um Gottes Willen, ja. Wir haben auf die Dinge, was irgendwo im Ausland passieren, was ich Ihnen kürzlich beim Rindfleisch erzählt habe. Ja, noch einmal, wenn Sie einen steirischen Allmachs essen, da habt Sie einen Einfluss, ja. Weil wenn Ihnen irgendwas nicht passt, dann können Sie zu einer Zeitung gehen, dann können Sie zu einem Politiker gehen oder zu einem Bauern gehen und sagen, so will ich, nehmen wir home. Und das garantiere ich, in Österreich passiert da was. Weil die ganzen Tierhaltestandards, die was wir jetzt haben, die haben wir deswegen, weil irgendwo Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, so nicht mehr. Oder weil die Landwirtschaft proaktiv gesagt hat, nein, wir machen es jetzt anders da. Oder NGOs auftreten sind und gesagt haben, nein, nehmen wir so viel von den Pflanzenschutzmitteln oder so oder so oder so. Egal wer da Einfluss nimmt, in Österreich passiert was. Aber wenn Sie euch da aufregt, über Brasilien passiert genau gar nichts. Weil es da niemand interessiert. Und es würde auch in China keinen interessieren, ob unsere Sau auf einem Spaltenbogen gestanden ist oder auf Stroh gestanden ist, wenn sie das haxer lassen. Das interessiert nur uns in Österreich und in diesen westlichen Ländern. Aber woanders da haben wir keinen Einfluss. Und den Einfluss können wir nur nehmen, wenn wir bewusst werden. Und wenn es aber nur dann ins Geschäft geht, weil es gerade billig ist und dann noch klappt es und dann freut es mir jetzt war ich wieder besonders super. Dann haben wir wieder zwei Euro der Sport, weil ich irgendwo was billiger gekriegt habe. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Und das wird eine Veränderung haben. Und ich möchte da, weil Sie da in einer Region sind, wo auch viele Schweine produziert werden, was das auch für den Sektor bedeutet. In was in einer schnellen Welt wir uns bewegen. Zu den Schweinebauern. Wir haben für einen Händler, der was österreichweit tätig ist, haben wir folgende Zahl gekriegt. Der hat gesagt, schau, wenn wir eine Schweinefleischaktion machen, um 4,99 Euro. Und wir machen die Schweinefleischaktion Freitag, Samstag, österreichweit, dann verkaufen wir ungefähr in dem Zeitraum 18 bis 20 Tonnen Schnitzelfleisch, um 4,99 Euro. Wenn wir die gleiche Aktion zwei, drei Wochen später machen, um 3,99 Euro, also um einen Euro billiger, das Kieler Schnitzelfleisch, dann verkaufen sie nicht 18 bis 20 Tonnen, sondern 64 bis 70 Tonnen. Und da geht es einfach um das, dass ihr ein Gefühl kriegt, was da sich bewegt. Und da ist völlig wurscht, ob es dem Schwein gut gegangen ist, ob den Ferkel da irgendwie, ob man da geschaut hat, ob das ein schönes Leben hat, ob der Bauer sich bemüht hat, ob das auf Strah gestanden ist, auf diesem Spaltenbogen gestanden ist. Da geht es um gar nichts, da geht es um einen Euro. Ja, da geht es weil es um einen Euro billiger ist. Und dann laufen wir wie verrückt. Meine Mutter ist ja schon so getrimmt, die geht jetzt auf den 80er zu und die hören natürlich von mir nur, geht es ja nicht auch zu ankaufen. Und dann war es halt so, wir waren auch mal nicht daheim und dann haben sie ein Schnitzelfleisch gebraucht am Samstag und die Mutter ist halt dann eingekaufen mit ihnen knapp 80 Jahre. Dann hat sie mir verzahnt, dann ist sie halt da zugegangen zur Decke und hat gesagt, sie braucht der Schnitzelfleisch hat sich zuerst einmal so durchgeschaut. Da schaut die Verkäuferin und dann sagt sie ja, haben wir eh so viel da. Und dann sagt sie ja, ich brauche eine Aktion. Dann sagt die Verkäuferin so was haben wir nicht. Ja, so bewehrt ist das worden. Wir haben es gar nicht mehr. Ja, wir haben die Leute völlig vertrottelt. Wenn das nicht in Aktion ist, dann das haben wir gar nicht mehr. Wir müssen alles nur in Aktion haben. Und das zerstört aber unsere Landwirtschaft. Und warum? Ich möchte Ihnen jetzt auch noch was zum Schweinefleisch sagen. Wir reden ja in Österreich bei der Massentierhaltung schon ganz früher. Das heißt, der österreichische Schweinebauer hat ungefähr 200 Mastschweine im Durchschnitt stehen. Die größeren sind so ungefähr bei 2000 Mastschweinen. Das sind aber in Österreich schon die richtig großen. Und da tun wir schon alle, wie furchtbar, wie schlimm. Und wisst ihr, was so eine Schweinestelle gerade in China gebaut werden? Da muss ich Ihnen keines dazusagen, in China haben eine folgende Situation. China ist weltweit der größte Importeur von Schweinefleisch. Also die brauchen einen richtigen Heißhunger auf Schweinefleisch. Die haben einen Regierungsbeschluss. 2030 wollen sie bereits der weltweit größte Exporteur sein. Und die Ställe, die da drüben gebaut werden, haben Platz für 500.000 Mastschweine. Das ist so groß, wie der Flughafen Wien schwächert. Ja, wirklich. Das ist kein Scheiß. Und wisst ihr, was das Gute ist da drüben? Die brauchen auch nicht die Bevölkerung fragen, du wolltest hier einen Schweinestall der Nachbarschaft, Geruchsbelästigung oder Lärm oder irgendwas. Bei uns kannst du nicht einmal einen Stall bauen, wo 5.000 Saat reinleben können. Weil da dreht jeder durch. Nur in China wird niemand gefragt. Und dann werden wir eine Tiefkühlpizza essen. Und das ist das dramatische, wo dann der Schinken aus China kommt, weil keiner hinterfragt. Weil keiner nachfragt. Und das ist das Problem. Und glaubt ihr mir das, wenn ich 200 Saat im Stall habe und der hat 500.000, wo glaubt ihr, was billiger ist? Wo wird es billiger sein? Und wo fragt wer nach, wie geht es dem Schweinerl? Glaubt ihr, in China der einer fragt, wer ihm das taugt? Ja. Und unsere Schweinebauern klammern, sie können da mit und überlegen sie, wir können noch billiger produzieren. Das ist zum Scheitern in der ersten Sekunde ist das verurteilt. Vor allem, wenn wir so einkaufen. Das heißt, unsere Bauern können sich bemühen, was wollen. Wenn wir am Ende des Tages noch reingangen ins Geschäft, weil es gerade billig ist, dann hat das keinen Sinn. Wir rufen so viele junge Bauern sagen, das kriegst du nicht. Wir sind nicht bereit dafür zu bezahlen. Keiner macht sich Gedanken, dass da ein Viech gelebt hat. Schaut euch die Videos auf unserer Homepage an. Dass ihr wieder mal seht, dass ein Tier sterben muss. Das kippt auch nicht um so, sondern stirbt. Damit ihr essen kann. Dann dürfte das etwas wert sein. Vor allem, dass ihr zusammen essen. Und nicht dann gibt es wenigstens den Wert, dass ich das zusammen bestelle. Oder was ich daheim mache. Sonst gibt es das alles nicht mehr. Ich glaube aber ganz fest daran, dass wir das verändern können. Ich habe nicht um das, dass uns Konzerne steuern, wo wir glauben, wir sind kein Mitspracherecht. Nein, ich gebe euch mit dem Vortrag etwas zurück, nämlich die Freiheit. Die Freiheit, dass sich selber über kein Leben entscheidet. Dass ihr nicht steuert wird. Und jeder, der was sich verengt, denkt, es muss aber jetzt ein Politiker regeln und weiß ich nicht was und der muss es ändern statt da. Vergesst das alles. Es allein kann sich ändern. Mit einem bewussten Einkauf zu halten. Die meisten glauben, ich habe keine Macht und nichts bewegen und nichts verändern. Es kann alles verändern. Mit jedem einzelnen Einkauf. Alles was ist das. Und es ist so wichtig. Wisst warum? Und da gebe ich jetzt am Schluss noch einen Spruch mit. Den erlebe ich mit meinen drei Töchter daheim jeden Tag. Und der heißt und der ist ganz wichtig. Was hilft die beste Erziehung? Sie machen uns doch alles nach. Und jeder, der was für Kinder daheim hat hat, der wird ihn vielleicht kennen. Was hilft die beste Erziehung? Sie machen uns doch alles nach. Bei meinen drei Töchtern ist das so, was meine Frau nicht sagen, das ist da nicht raus, das ist völlig wurscht. Aber sie beobachten uns jeden da ganz fein, wie wir leben, unsere Wertehaltung, was wir tun, wie wir uns untereinander benehmen, respektvoll oder nicht, das sagen sie auf. geheilt irgendwann und denkst ich wäre genauso wie er. Ist ja unglaublich. Und jeder der die gleiche Erfahrung macht und denkt ich wäre genauso wie er. Ja es ist so und es ist gut dass er so ist. Man wird so. Wenn wir das mit bekommen. Das ist völlig normal. Es sind oft nicht die Worte, sondern es sind unsere Handlungen, wie wir uns verhalten, was wir tun, dass jede Zahl merkt und sagt was oder gesagt eine Tonne und weiß ich nicht was Am Ende des Tages braucht es nicht eine zige Zahl merken. Was mir geht ist dass da drei was mit nehmt. Ein Spiel. Dass mit dem viel heim geht und sagt ich kann was verändern. Wann was verändern wollt. Und ich bin bei jedem dabei, der sagt mir ist scheißegal Hauptsache hin, da sparen wir was und dann bin ich dabei. Dann sage ich es dann passt es. Dann bist du so. Dann sagst du spielt keine Rolle wie das Österreich ausschaut ob es noch Bauern gibt ob da irgendwo ein Toll gemahnt wird oder berg gemahnt wird ist mir wurscht. Aber dass das alles so ausschaut wie es ausschaut das hängt nur von unserem Einkaufsverhalten noch und es gibt auch keinen Tourismus wenn die Bauernschaft existiert auch nicht im Vulkanland weil warum gibt es einen Tourismus wisst ihr was der Hauptgrund Nummer eins ist in Österreich dass man da her kommt auf Urlaub genau die Schönheit der Landschaft die Schönheit der Landschaft das ist der Hauptgrund da steht nirgends in Madrid oder in Paris am Flughofen da fliege heute nach Österreich da ist so billig nein gerade das Gegenteil Österreich ist so teuer wir sind richtig teuer für die Welt wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt wir sind richtig teuer zu uns kommt man weil es so schön ist und ich sage zu unsere Gäste und ich gehe ab und zu mit Skifahrt oder im Sommer am Berg dann stehen wir oben auf der Planei dann schauen sie mit mir und dann stehen wir so und dann sagen wir Hannes wo du leben darfst wie schön das ist da geht das Herz auf und die Seele und weiß ich nicht was dann schaue ich es an und sage ja glaubst du dass das ein Zufall ist das so schön ist das ist ja keine Naturlandschaft die sich selber überlassen ist wenn ein Baum um fällt dann wartet man mal 90 Jahre dann verfall dann wird das schon wieder passen nein da sind dann Bauern da die bewirtschaften die das land offen halten die sauber halten und das nicht weil sie gern Gärtner sind sondern weil sie Lebensmittel produzieren weil sie da Viecher halten weil wir das tun und deshalb stehen wir dann da und sagen so schön da möchte ich daheim sein im Salz kammer gut in Tirol in Kitzbühel in Lechermadelberg egal wo das ist der Grund Nummer eins weil es so schön ist und das taugt auch uns selber sind wir ganz ehrlich wenn alles zuwächst fühlt wir uns dann noch wollen wollen wir in so einem Land leben nein wir leben gern da weil es schön ist das müssen wir uns eingestehen und das bestimmen wir mit unseren Einkauf halten und wenn jeder raus geht und sagt mir ist das und das ist das und dann gebe ich in kürzen was mit wenn es heim geht heute oder morgen macht sie keinen Kühlschrank auf das dürft ihr ruhig allein wenn der Mann nicht dabei ist oder die Frau nicht dabei ist macht sie mal den Kühlschrank kaufen schaut sie mal in was habt sie in die Produkte drin ganz ehrlich und jetzt braucht sie mir nicht mal fotografieren und mir das Handy Foto schicken weil ich bin sicher der Österreicher der was am meisten Kühlschrank Foto auf dem Handy hat weil ich nach jedem Vortrag 30 40 Whatsapp denkt Essigurkerl Senf weil viel sagen mir die Milch ist eh aus Österreich und die Hennen also die war Polen seid einfach ganz ehrlich und dann sagt wo ich so leben oder was löse ich aus mit dem wenn da ein ungarische Hennen ist da hat der österreichische Bauer der Getreidebauer Altsam nichts davon und das hängt nur von NK und dann trefft eine Entscheidung bewusst machen das glaube ich schafft und dann trefft eine Entscheidung wie ich leben und nur um das geht es wie wollt ihr leben wie ihr eingebettet sein wenn sie beinharte egoisten sind dann sagt ich kaufe weiterhin das billigste dann lebt sie es für eng noch aber dann lebt sie ganz eng und dann wird es halt richtig eng oder es macht es auf dann sagt ich will gemeinsam leben und um das geht es und das kommt nur von da raus nicht von da jetzt wird es da wieder gespüren und da möchte ich dazu ermutigen die Freiheit wieder zu nehmen das frei denken und bewusst einkaufen sind freie Menschen und nutzt das ihr habt das alles mit gekriegt den Verstand und Herz dass nicht da dumm schläft und einfach wie Schaf in in ein Geschäft rein läuft sondern das was verändern könnt und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zulassen und ich habe jetzt natürlich noch genug Zeit für eine Diskussion Dankeschön